Hi, Kirk Junge hier von golflernen.net. Haben Sie letztens ein Slicing Problem gehabt beim Golfspielen? Ein Slicing ist, wo ein Ball nach rechts eine Kurve macht für einen Rechtshandspieler, andersrum für einen Linkshandspieler, der Ball wird nach links kurven. So ein Hook ist in die andere Richtung. Aber heute reden wir ein bisschen über Slice, weil das passiert sehr oft und die einfachste Methode, dass Sie das korrigieren können. Und das ist, weil in so einer Ansprechposition macht das viel leichter, dass Sie den Ball gut treffen können. So ein Slice passiert, wenn die Schlagflasche im Treffmoment offen ist. Das ist hier offen. Das ist so, dass der Schläger nach rechts hier rotiert. Und das im Treffmoment, das kommt zum Ball so an. Und der einfachste mögliche Weg, das zu korrigieren auf die Runde, das können Sie auch abrufen, wenn Sie spielen, ist dieses Video speichern und später abrufen. Aber es ist einfach die linken Hand für einen Rechtshandspieler ein bisschen mehr am Griff rüber. Das würde normalerweise den Schläger eher tendenziell schließen, automatisch im Schwung. Sie müssen dann nicht denken, dass Sie irgendwas da mit den Händen machen müssen, was eh nicht gut ist. Mit meiner Ansprechposition von meinem Setup-for-Impact-Aufschwung, was Sie auf meiner Website mehr lernen können, das nehmen wir auch den rechten Arm auf den gleichen Winkel aus dem Schaft im Ansprechposition. Und wir tun den rechten Arm auf den Schläger so, dass Sie brauchen gar nicht rotieren mit der rechten Hand, um den Schlagflaschen gerade zu kriegen. Das ist automatisch hier in eine Position, in der rechten Hand, wo er gar nicht rotieren muss. Der konventionellen Golf, was Sie bei jedem Golflehrer lernen wollen, hat die Hand hier am Start und dann es kommt im Schwung, kommt zum Ball so hin und dann müssen Sie aktiv überrollen mit den Händen, was fast unmöglich ist für normale Spieler. Das ist für die Profis, können das hinkriegen, weil die Millionen von Bällen gespielt haben und die haben mit fünf Jahren alt Golf gelernt. So viel leichter heute und da sind auch Profis, da spielen auch diese Setup-for-Impact-Methode. Es ist sehr bekannt in den USA und die brauchen nur die Hand drauf und die können auch die Hand, die linken Hand ein bisschen rüber. Und dann brauchen Sie von dieser Ansprechposition nur nach hinten und durch. Und Sie würden sehen, dass Ihre Bälle würde relativ schnell geradeaus fliegen. Bitte golflern.net besuchen, da können Sie mehr lernen. Das ist auch, da gibt es auch eine E-Mail-Serie, wo Sie mehr erfahren können. Gibt es auch Schritt-für-Schritt-Anleitung über Griff, Ansprechposition. Und einfachere Übungen, dass Sie schnell diesen Schwung lernen können, sodass Sie weiter und genauer, konstanter spielen können. Probieren Sie das heute aus. Ich bin sicher, dass Sie begeistert werden davon. Vielen Dank. Bitte hier auf YouTube auch abonnieren, weil da kommt viel mehr solche Videos. Bye. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020